Der Teil muss gegen das Damen-Trio antreten mit Ich laufe von Tim Bensko. Und komischerweise hat man natürlich auch Tim Bensko, ich sag mal vor, die Handykamera gekriegt, so dass der einen kurzen Spruch macht, damit man das Schöne da am Tablet abspielen kann. Ich frage mich, zahlt eigentlich der Tim Bensko dafür, dass er sozusagen in der Sendung Thema ist, um Promotion zu kriegen? Ich meine, er war ja erst, ich glaube, ein, zwei Wochen zuvor bei Luke die Woche und ich, weil er ja so ein gerade mal wieder neuer Bensko-Kram kommt. Bezahlt er dafür oder bezahlt The Voice of Germany ihn dafür, dass er diesen Käse macht? Und wie viel kriegt er dafür? 50 Euro für seinen Spruch oder 500 Euro? Oder müssen umgekehrt die The Voice Fritzen sowas bezahlen? Also ich muss sagen, diese ganze Schleichwerbung ist sowas von... Naja, es ist nicht gerade ein Zeichen von Seriosität. Oder sagen wir es mal so, man zeigt uns im Endeffekt, Stimme ist eigentlich Nebensache, es geht mehr ums Marketing. Ansonsten muss ich sagen, duetttechnisch ist das Lied Ultraschwachsinn, der Text ist ein Du-und-Ich-Lied. Eine einzelne Person vermittelt einer anderen Person eine Information, sagen wir es mal so. Da drei Leute das singen zu lassen, macht den Inhalt zum Ultrablödsinn. Aber in Le忍 Personal ein schränkender und dann macht den Inhalt zum Ultrabliberneren sein. ove ist ein Grund, das niet zu finden. So können wir in der Zukunft von Technik. Untertitelung des ZDF, 2020